Ich bin ein ungetrennter Teil der Quelle des Ursprungs. Ich bin ein ungetrennter Teil der Quelle des Ursprungs des Einen Seins. Ich lebe bewusst in der Zeitlosigkeit des ewigen Jetzt. Ich lebe bewusst in der Zeitlosigkeit des ewigen Jetzt. Ich lebe und erfülle meine Lebensabsicht. Ich bin ständig online. Eins mit der Quelle dem Einen Sein. Ich bin ständig online. Eins mit der Quelle dem Einen Sein. Ich bin ständig online. Und beachte die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Ich bin ständig online. Ich halte meine Aufmerksamkeit gerichtet auf die Lösung. Ich halte meine Aufmerksamkeit gerichtet auf die Lösung. Ich bin ständig online. beim Leben zuschaue und komme so vom Denken zur Wahrnehmung. Ich beende die Identifikation mit der Illusion des Ich, in dem ich, indem ich als bewusster Beobachter meinem Körper und Verstand beim Leben zuschaue und komme so vom Denken zur Wahrnehmung. Ich folge bewusst meiner wahren Berufung. Ich folge bewusst meiner wahren Berufung. Ich bin ein idealer Partner und damit bereit für den idealen Partner. und finde ihn vielleicht an meiner Seite. Ich bin ein idealer Partner und damit bereit für den idealen Partner. und finde ihn vielleicht an meiner Seite. Ich mache aus meinem Leben ein Meisterwerk. Ich mache aus meinem Leben ein Meisterwerk. Ich lasse ganz bewusst alles los, was mein Leben nicht wirklich bereichert. Ich lasse ganz bewusst alles los, was mein Leben nicht wirklich bereichert. Ich gehe bewusst den Weg der Freude. Ich gehe bewusst den Weg der Freude. Ich gehe in heiterer Gelassenheit durch mein Leben. Ich gehe in heiterer Gelassenheit durch mein Leben. Ich erlebe mein Leben als bezahlten Urlaub für immer. Ich erlebe mein Leben als bezahlten Urlaub für immer. Ich praktiziere ständig die Kunst des Genießens. Ich praktiziere ständig die Kunst des Genießens. Ich bin nicht mehr der Handelnde, nur noch der Beobachter der Handlung. Ich bin nicht mehr der Handelnde, nur noch der Beobachter der Handlung. Mein jetziges Alter ist das Beste meines Lebens. Mein jetziges Alter ist das Beste meines Lebens. Ich verstehe und befolge die Sprache des Lebens. Ich verstehe und befolge die Sprache des Lebens. Ich erkenne und nutze alles als Chance zum Besseren. Ich erkenne und nutze alles als Chance zum Besseren. Ich lebe ständig bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, in dem ich ohnehin ständig lebe. Ich lebe ständig bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, in dem ich ohnehin ständig lebe. Ich aktiviere meinen Lichtkörper, in dem ich ständig auch Licht atme, und werde so mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Ich aktiviere meinen Lichtkörper, indem ich ständig auch Licht atme, und werde so mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Ich lebe und handle ständig im Mastermind. Ich lebe bewusst als Unsterblicher, der ich ja bin. Ich lebe bewusst als Unsterblicher, der ich ja bin. Ich bin ein Segen für jeden, der mir begegnet. Ich bin ein Segen für jeden, der mir begegnet. Ich erkenne in jedem den Gott, der er ja ist. Spreche ihn an, erinnere und erhebe ihn so zu sich selbst. Ich erkenne in jedem den Gott, der er ja ist. Spreche ihn an, erinnere und erhebe ihn so zu sich selbst. Ich trete bewusst ein in die eigene, natürliche Vollkommenheit, in dem ich alles, was ich tue, so vollkommen wie möglich tue. Bis mein ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen, natürlichen Vollkommenheit ist. Ich trete bewusst ein in die eigene, natürliche Vollkommenheit, in dem ich alles, was ich tue, so vollkommen wie möglich tue. Bis mein ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen, natürlichen Vollkommenheit ist. Ich lasse alles Unwesentliche und Unvollkommene los. Und wenn ich das letzte Unvollkommene los gelassen habe, bin ich vollkommen. Ich bin 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 vollkommen. Untertitelung des ZDF, 2020